so leute nachdem das letzte mal richtig richtig enttäuschend war war auf das bugs bitte 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 ich möchte ganz gerne einfach einen coolen planeswalker ziehen steht seit wann ist hier so ein roter punkt mit wo en draufsteht für englisch ich bin verwirrt ich muss mal gucken bei den anderen boostern wenn ich noch rumliegen habe ob da de oder so draufsteht es gibt wieder bücher planeswalker muster multiverse randomhousebooks.com es gibt wieder ein buch ja man lernt nie aus würde ich sagen wir haben crush descent 4 mana counter target spell also man countert ein spell wenn er beherrschen nicht 2 bezahlt mit amas amas ist halt für man bekommt ein zombie token wenn man noch keinen hat und wenn man einen hat dann wird da plus 1 plus 1 plus 2 plus 1 2 plus 1 zu 1 mal draufgelegt return to nature in meinen augen eine der stärksten karten in dem set für 2 mana instant zerstören wir entweder an der fakt eine verzauberung oder exil eine karte aus dem friedhof jahrelang war naturalize die beste grüne karte was das angeht und mittlerweile ist es new turn to nature dann haben wir davril's shadow fugu für 4 mana sorcery wirft ein spieler zwei karten ab und viele zwei leben okay sahelis silverwing 4 mana 2 3 und wenn er ins spielfeld fliegt und wenn er ins spielfeld kommt können wir jetzt die oberste karte von einem gegner deck angucken deviant strike für ein mana instant kriegt eine kreatur plus 1 plus 0 bis zum end des zuges und man zieht eine karte das ist ziemlich traurig das ist ziemlich bad thunderdrake vier mana 2 3 und immer wenn man den zweiten zauber und in jeder runde spielt bekommt diese karte eine plus 1 1 marke unlikely aid zwei mana eine kreatur kriegt plus 2 plus 0 und unser störbarkeit bis zum end des zuges lustiger anekdote die karte war in meinem dutch level 1 test drin oh gott thundering keratok in rhino wie man natürlich sieht 5 mana 4 5 trampel und wenn er ins spielfeld kommt kann eine andere kreatur trampelwissen ins zuges kriegen hard fire 2 mana und man kann eine kreatur oder planeswalker opfern um diese zusätzliche kosten zu bezahlen und man macht vier schaden an dem target trusted pegasus 3 mana 2 2 fliegend und wenn er angreift kann man eine angreifende kreatur mit ohne fliegen fliegen geben tibald rager 2 mana 1 2 und wenn er stirbt fügt er einen schaden zu man kann ihm für 2 mana plus 2 pass 0 geben der ist echt gut er ist echt nicht bad und ist ein devil es hat auch ewig gedauert bis devil teil von magic war price of betrayal ein mana man nimmt fünf marken von einem anefakt einer kreatur oder einem planeswalker oder einem gegner runter ich würde lieber fünf marken von mir unternehmen nämlich infekt marken von mir unternehmen kann sensation of the rare nein da kommt noch eine ankam und es ist allen voice of the pack das ist ein neuer planeswalker sechs mana kommt mit sieben marken rein und jede kreatur die wolf oder wer wolf ist bekommt mit einer plus eins zu eins markenspiel und für minus zwei kriegt man wolf ich hatte damals ein holding wolf run deck pack deck irgendwas da bin ich cool gekommen heutzutage und unser rare ist tomic ich als daten taxis spieler mir geht da das herz auf tomic distinguished advocatist 202 3 fliegend und länder auf dem feld oder dem friedhof können nicht mehr ziel von zauber fähigkeiten sein von eurem gegner und eurer gegner kann keine länder aus seinem friedhof spielen die kenne ich in und auswendig spiele ich auf fast jedem turnier aktuell ja dann unser forest das sieht nach amonkett aus und ein devil mit dem buch jungs wenn ihr genaueres wisst über dieses buch schreibt mir das bitte ich habe viele von den alten büchern und ich würde das ganz gerne dann vervollständigen wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ob ihr euch seht ciao ciao